Männer wie wir, die gehen nach Wing City, die haben Spaß, die haben Spaß, die geben Gas, die machen das. Und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten DLC von Dark Souls 3, zusammen mit Verti. Wenn du das schützt, singst, musst du den Text auch können, Domi. Ja, tut mir leid. Warte, ich wollte doch nur gehen. Was ist da jetzt eingestürzt? Ne, geil. Kann man da weitergehen? Ah ja, hier habe ich versucht, ihn abzuschießen. Da ist ein Item, was ist denn da? Hartstatt-Ring. Plus drei, Domi. Hier gibt es die Plus-Ringe. Der Ring gibt ja einiges an Verteidigung. Du, das ist so. Ja, der gibt ja mehr Verteidigung. Physische Verteidigung. Siehst du, wenn du links, also wenn du mal Y drückst, also bei mir links. Warte denn? Oh. Seh nicht mal. Oh. Schau. Hört, physische Arbeitsmitteilung. Wieso, wenn du ihn nicht hast? Also 23, wenn du hast, also 36 Verteidigung. Das ist fast das Doppelte. Fast das Doppelte. Das ist ein Drittel mehr. Fast das Doppelte. Beziehungsweise es ist die Hälfte mehr als es. Aber dann wiege ich zu viel, oder? Das ist unmöglich, immerhin. Wie schwer sind wir? Na, was? Wie ist es 60? Ich glaube, 70 wiegen, ne? Ja. Wie soll ich denn letztens im Kopf, dass ich nur noch 60 wiegen darf? Eigentlich. Ähm. Ähm. War ja schon immer ein Loch. Äh, ich bin gut versichert. Mein Name ist, äh, tschüss. Aschenfried 95. Okay, das habe ich nicht erkannt, dass das passiert ist. Ich glaube, dementsprechend war ich auch nie da oben. Ich habe keine Ahnung, wo du gerade bist. Es leuchtet da. Ich weiß es nicht, aber... Was ist da? Da sitzt jemand. Wer bist du? Ich habe ihn noch nie gesehen. Schau an dich. Du hast deine Kopf geschlossen, richtig? Fantastisch. Dass man einen Kindredspirid auf diesem Gottesdienst hat, meine Freundin. Call me Lab. Lab. Ich kann nicht erinnern, meinen realen Namen. Also... Lass uns mit das gehen. Ich habe eine Gefühl, wir werden ein fantastisches Team machen. Ähm. Du siehst. Du siehst. Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon einen Kumpel und... Das ist ja auch eine Zügel. Ich... Ja, der andere mag die Sonne. Ja. Ich versuche es zu spielen. Aber ich habe keine Ahnung über mein Vergangenheit. Wer ich war. Oder was ich lebte. Nicht sogar mein eigenes, liebster Name. Das ist, warum ich hierher gekommen bin. Searching. Für das Purgingmonument. Setz dich, in der Ringed City. Wo die Pygmiese, die die dunkle Säule gefunden haben, auf der Dorn des Feuers, besitzen. Das ist echt ein nechter Mann. Sie geht nach Ringed City. Das ist echt ein nechter Mann. Sie geht nach Ringed City. Okay, er ist Hollow, aber irgendwie doch bei Verstand. Well. Das ist das lange und kalt von mir. Also, wenn ich komplett vergesse, wer du bist. Dann bin ich mit mir. Komm schon. Was kann ich noch sagen? Ich bin ein verdammtes Hollow, für den Gehörigen. Heißt du, kannst du ihn irgendwo beschwören? Well. Come on. Ich weiß es nicht. Ich wollte ihn mal beschwören. Ich hab die Possession geschafft. So vereint. Und da hättest du ihn beschwören können. Ich würde, wenn du ihn beschwören könnt. Gut. Mich wundert aber auch. Mich wundert es aber nicht, dass ich nicht alles gefunden habe, weil ich war einmal in dem DLC. Und das offline. Und das offline. Oh Gott. Oh nein. Das war jetzt nicht ganz der Plan. Können wir bitte zurückgehen? Nein. Und ich denke nicht. Hey, ich wollte doch zurück. Hey. Blödsinn beim Auge stehen. Oh, ich gehe da mal wieder. Sehr schön. Das sah schön aus. Okay. Das heißt. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Ich würde mich wirklich gerne mit dir anlegen, aber ich habe echt keine Zeit dafür. Die Leiche. Hui. So eine Leiche hat keinen Vollschrauben bekommen. Ich würde mich wirklich gerne mit euch anlegen, aber ich habe echt keine Zeit dafür. Ich habe das Gefühl, du musst ihn mit einem anlegen. Oder zweien. Oh, da kannst du vorbeilaufen. Geht vielleicht auch. Ja, was machen die jetzt eigentlich denn vor dem... Der Altar ist nicht mehr da, Freunde. Lauf, das Protokoll. Ich weiß nicht. Ihr braucht mich gar nicht so böse angucken. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Und der macht einen Rückschluss, der... ...zauber. Also, du gesehen würdest, wie sich das Ding ist? Ja, aber es sieht aus wie eine Schattenwolke. Wolkenschatter. Sieht ehrlich gesagt aus wie eine Menschlichkeit. Ja, hier ist quasi also nichts mehr. Wo kommt der her? Okay, hier ist tatsächlich nichts mehr. Hätte ich entspannen können. Geh mal da runter. Ich will da runter. Geh mal da runter. Wo sind meine Seelen? Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich unter der Ausstellung, du siehst sie nicht. Aber das wäre lustig. Da. Nein. Ey, du konntest doch irgendwas anquatschen. Achso, Blutfleck. Blutfleck. Vielleicht sind die nicht grün. Hey, da war's doch grün. Das sag ich doch unter der Asche. Ah, großer Typ kommt. Okay. Okay, hier bin ich schon weg. Okay, hier bin ich absolut nicht sicher. Ich verstehe gar nicht mehr rum. Ich habe mich schon weg. wirst nicht sterben dort meine waren keine flecken jetzt die ganze stadt alles kaputt ja was davon halten soll bis das bonfire da der typ ist wieder da ich kämpfe am schluss gegen dich great to see you still in one piece das ist ja ich bin durchgegangen ja ich bin durchgegangen klopft 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 ring city rests below you don't mind me you needn't worry yourself with this nonsense i just wanted to tell someone i'm sick of old hunty i should stay quiet wait i'll make it up to you who by letting you in on a secret of sorts past here you'll find the remains of a giant earthen tower half submerged in a poisonous swamp not a very nice place to visit only this precious treasure in the thick of the swamp i didn't have any use for it you see so sorry i i left the whole package behind if i get the chance i could go for you for you but if that's too long to wait go and have it for yourself i know who you are a righteous warrior ja ehrlich ist with a solemn duty to build ich richtig 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 ja 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 ich hab ja nicht geflüchtet mir sehr wichtig ich glaube ich weiß was ich zu tun habe ich glaube ich weiß welcher schatz es ist du hast ihn ohne ihn gefunden ich gucke mich um Domi falls es auch nur ansonsten so schwierig sein könnte wenn es überhaupt dieser schatz ist den ich meine der da ist dann habe ich ihn gefunden ach der feinde herr wird die der guckt sie also um beim spielen ein guter schatz wenn es dir ist von mir als erwartet Domi ja ich dachte es sind zwei was hast du erwartet keine ahnung vergessen sie hier sind das sind die schwarzen ja ja mehr rums ja die alles was schwarzes ist besser ist das jetzt positiver rassismus weiß ich nicht ah schwierig sucht freundschaft das habe ich nicht verstanden achso ne du hast ja offline ich hab ja wach ich hab die gar nicht gefunden von dem her der sucht ihr freunde ist das einer der bosse nein den habe ich übrigens abgefuckt oder ich sie mit dem geteilt habe das spiel gespielt habe ja ja sucht das weiter ganz genau so ist es ganz genau so ist es niemand will dich hier niemand liebt dich geh einfach wer das hat er gehört wo ist er hin wo ist er hin wo ist er hin geht er jetzt wieder ne betet er oh da will sein schwert verret' dich was für ein schwert würde ich nicht sehen was mir raten dir wenn du raus gehst weißt du sofort wo du bist ja oder auch nicht wo du musst dich wirklich sehen ist es nicht gesehen hat er mich gesehen oder hat dir unter und gesehen erzählt abgeschlossen ja ist ja feindselig alle gegenüber da oben auf dem baum war irgendwo das war da hinten auf dem baum wo war das denn doch hier vorne auf dem baum wo noch ich gehe da hoch kann da nicht hoch gehen wo war das denn war das hier war das hier da war ne alte funkeltitanit hey Danke, Dominik, der macht Schaden. Insbesondere lässt er mir keine Pause. Hä? Dann hat er doch noch Piu-Piu-Piu-Piu gemacht und dann eine Pause und dann macht er wieder Piu-Piu-Piu-Piu. Warum denn jetzt nicht mehr? Vielleicht ist er so warm geworden. Was ist denn seine Mission? Hat er eine? Dumme Frage. So, wo liegen jetzt meine Seelen? Da. So, wieder runterkommen, wo nicht zu sterben? Was? Was ist unten? Was ist los? Wieso ballert der denn durchgehend? Ist er eine MG? Spaßiger Gegner. Das ist überhaupt kein spaßiger Gegner. Doch, doch, doch. Ich habe auch keinen MG-Zauber. Ich glaube, es gibt sogar welche. Ja, aber der kann ich auch nicht unendlich lange durchballern. Nein, das kannst du nicht. Ja, gut. Und für. Ja, gut. Spaßiger Gegner. Geh da rein, Leute, geht da rein! Der kommt! Das ist gefährlich, okay? Geh das weg! Das ist gefährlich. Ui. Soll ich dir was verraten, wo du mich hassen willst? Ja. Daraus nicht mehr. Ja? Natürlich ist das auch noch mehr. Was hab ich erwartet? Ich bin mir nicht sehr und da hinkommst, solange er auf dich schießt. Echt? Das ist links! Ja, der hat er ist runtergesprungen. Wüsten-Pyromant-Gewand. Naja. Ich glaube, dass die hierher ist. Es ist keine Wüste. Und es ist kein Pyromant. Naja, vielleicht bist du Pyromant gut. Weiß ich nicht. Okay. Trinken. Hinter den Stein. Okay, also er ist irgendwann weg. Was? Oder muss ich ihn killen? Ich meine, natürlich muss ich ihn killen, aber... Kann ich ihn irgendwann entspannter killen als Team mit Fall und Bogen. Was denkst du? Glaubst du, die haben hier einen Typen hingepackt, der immer da ist, der du nicht loswerden kannst? Ja, natürlich ist es irgendwie los. Das ist völlig klar. Nein, die Frage ist, kann ich ihn... Hier entspannt mit Fall und Bogen killen, oder... Ich weiß nicht, ob man in dem Fall noch Bogen killen kann. Man kann ihn zumindest treffen, aber... Ich hatte keinen Bock drauf. Das war echt nervig. Lauf noch! Da rechts geht's runter. Da rechts geht's runter? Ja. Das ist... Links bei dem Schild! Ach, da. Ja. Da muss er dann nicht nochmal zurück. Wir haben ein Flabbe. Ähm... Unangenehm. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wegen dem Item bist du hier. Und das Item ist gut. Wegen dem Item bist du hier. Das ist nicht der Schatz. Der ist natürlich beim giftigen Sumpf. Ja, ja, das ist so mittler, so mittler, so mittler. Ist doch das, was ich mein. Yeah! Okay, 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 okay. Wegen der Meinung war hier. Es ist wert, wie es ist, um die Einzelne zu sterben. Überhaupt nicht. Aber ich sterbe ja auch nicht. Jetzt spucke ich wieder große Töne, ne? Noch nicht. Ich verstehe den Gegenüber übrigens nicht. Jetzt trifft er dich überhaupt nicht und danach trifft er dich immer. War es wert dafür, acht Estos zu verbrauchen? Ja. Gott. So, gib hier hinter dir was. Endlich. Sagst du so leicht. Was sagt der Part? Ja, 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 doch, doch, doch. Oh, ich kann die Tür nicht mehr tragen. Hä? Schwächling. Also, ich hätte die Tür ja leider noch gar tragen können. Ich kann die Tür tragen. Ich habe sie gezeigt. Schon erinnert? Schon erinnert. Erinnerst du dich? Ich meine so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie wirklich tragen kann. Habe ich irgendwie die Stärke? Ich weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich brauche auf jeden Fall 50 für das ganz große Schwert. Das kriegst du nicht mehr. Klar. Ich farm einfach noch ein bisschen. Ich lege da... Eye of the Tiger drunter und dann... Dann geht das los. Und dann habe ich 700.000 Seelen. Du meinst, just a girl before you will survive? Ja. Das ist mir viel zu schnell. Das ist die beste Version, wo du blieb. Change my mind. Gut. Wenn euch die Version gefällt, lasst doch ein Like und ein Abo da. Eye of the Nike Co-Vision. Ich... Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Fall wieder. Bei Dark Souls 3, DLC, The Ringed City. In die nur Männer wie wir gehen. Maybe. Ja, dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.